Ich habe einen gewissen Förmlichkeits- und Höflichkeitsstandard hier auf dem TN zu haben. Dann kann man sich auch einfach mal daran halten, finde ich, wie ein Erwachsener. Und ich bin ein Kleinkind und ich werde da auch keine großen Ankündigungen machen. Das ist kein Erwachsenesverhalten, definitiv nicht. So, und der schwule Kahlgeier schreibt, hi, ach so, hi, hab gehört, dass du Aids-krank bist? Kannst du dein Aids auch mit mir teilen? Nein. Du kniest, du erbärmlicher Wicht, ein ganz kleines Licht. Ich bin dein Gott, du Arschloch. Ja. Sie, Herr W., haben den ganzen Hid und die Ablehnung verdient. Ich werde mir vor dem Sanzenfest, werde ich mir haufenweise Crystal Mets schießen und werde dann in Emskirchen am 20. Drachenlord scheiße fressen. Gawke.